Hallihallo, ihr kleinen Meginegis und herzlich willkommen zu einer Aufnahme mit dem Sui-Tag von Hunger Games. Zwei Schwerter und mit dem Pixcroft. Gib mir sofort eins, gib mir sofort eins. Wer ist Boss, wer ist Boss? Du nicht, aber trotzdem cool. Erschrocken? Ja. Okay, lass mal hier hoch. Okay, komm, komm. Puh, ich hab richtig Bock aufzunehmen. Ja, hier ist natürlich schon irgendjemand hat das... Oh, echt, Leute? Wie schnell seid denn ihr? Richtig, die Meginegis. Ey, wo bist denn du? Ich hab dich verloren. Hinter dir. Ah, da. Nein, Gott, pickst du dich doch. Da war was dran. Was dran? Da hinten ist eine Kiste. Hier ist ein Helm, hier ist ein Helm. Brauchst du ein Helm? Ja, ich brauch ein Helm, aber warte. Komm mal her. Wo bist du? Lauf doch nicht direkt zu den Leuten, so an den dran und so. Ich hab heute ein richtig geiles Text-Shaback drin. Ey, da ist jemand. Hilfe Sui, Hilfe. Töten! Nein, hier. Nimm Helm. Und hier ist noch Brustplatte und so. Und hier ist noch ein Helm. Warum kriegst du mir noch ein Helm? Weil ich dich nicht im Inventar haben will. Sonne und so hier. Also ich hab heute richtig gute Text-Shaback, also normale und so. Ja, ich hab auch so'n komisches. Ich hab das normale. Ja, ist doch schön. Aber na! Zwei Leute und einer mit Eisenschwert. Ja, komm mal hier ran. Ja, ja, ich komm schon. Ich bin hier hochgeklettert und so. Ja, ich seh schon. Geklettert. Hast du die Kiste genommen? Was für Kiste? Oh, alle Kisten sind leer. Was soll denn das? Und machen die Leute denn? Sui spielt heute nicht. Ey, da hinten ist ein Schiff. Ey, ist das nicht eine andere Map? Weiß ich doch nicht. Da musst du wissen. Ne, muss ich gar nicht. Doch, doch. Nein, nein. 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 Da muss man irgendwie sneaken oder so. Ey, hier ist noch was drin. Was denn an denen drin? Ich hab ein Pfeil. Hose und so. Gib. Lieg da. Oh, wieso gibst du mir noch ein Helm? Okay, lass mal Leute snacken. Ja, okay. Smacken, dashen, bashen. Wow, der hat Eisenhelm und so. Mein Eisenhelm. Ey, ey. Ich werde. Ey, Mann. Was soll das denn? Oh, ich bin auch tot. Wir hängen noch einmal hinten dran, hab ich gehört. Jop, ist gleich. So, wir sind zurück auf der Map. Rage, 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 rage. Rage, rage. Rage. Okay, ich hab ein Brustpanzer. Ich hab... Boah. So viel, ne? Was soll das? Okay, okay, okay. Komm. Ich hab ganz viel essen. Let's do this team deathmatch. 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 Schwert. Aber nur eins. Ist meins. Aber nur eins ist meins. Hat sich... Hat sich gerannt. Okay, okay. Push dich, jung. Push dich. Was für? Weil mir ganz der Server hängt und so. Nein. Loll. Was soll das? Ja, ich sag... Hab ich gerade gesagt. Ja, ich weiß. Nein, da ist jemand mit Schwert und ich bin hier alleine ohne. Hey, Psoe. Wo, Pigs? Wo? Wo bist du denn? Ich bin in der Mitte. Da ist noch jemand mit Schwert. Lauf, lauf, lauf. Wo bist du denn? Beim Basketballplatz. Was für Basketballplatz? Ich seh keinen Basketballplatz. Hier unten. Wo? Ja, hier. Warte, ich weiß wo, ich weiß wo. Okay, Sui, ich komm da hin. Ich töte dich nicht. Ah! Töte das, töte das. Geht nicht, geht nicht. Aua, aua. Pigs, Pigs. Hört auf, Sui zu hauen. Ah! Geh weg, geh weg. Oh Gott, meine Mom kommt nicht rein. Sui, lauf, spring ins Wasser. Spreng, spreng. Aua. Nein. Töten. Wie uns hier alle hinterher laufen. Ich hab die getötet. Ich hab ganz viel essen. Mama. Hast du auch Schwert? Ne. Nur eins. Meins. Als ob jetzt mich farschen. Wenn ich würde. Aua. Der tötet mich. Hilfe. Lass doch mal den Suis in Ruhe. Den Suis. Das ist ganz schwierig, wie du ein Siegelt. Pigs. Erlaub. Ich kann nichts machen. Pim. Was denn? Ich bin tot. Komm hier aus dem Wasser raus. Kannst du spectaten? Versorg ich gerade. Ja. Ich spectate den guten Pigs-Krafter nochmal. Da ist er. Ja, das bin ich. Ne, echt? Doch, doch. Wenn ich würde, würde ich würde. Hier, Kiste. Man, habt ihr alle schon Kiste weggenommen? Ja, na klar. Da oben drauf ist eine Kiste. Hier drauf. Was für oben drauf? Da. Hier ist eine Kiste. Oh. Leer? Alles leer. Da ist auch eine Kiste. Wo denn? Da, wo du gerade dran warst. Und da ist auch noch eine? Okay, den töt ich jetzt. Mit Hand. Wen, 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 wen? Den Reiko. Wo ist der? Wo ist der? Okay, das werde ich nicht schaffen. Aber okay, komm. Wo bist du denn? Hier, zog ich mir das. Nein! Bist du tot? Nein, aber ich habe es nicht geschafft zu springen. Ey, hör doch mal auf. Wo bist denn du? Dort. Eine Diamant-Axt. Oh. Genau, der hat mich auch getötet. Hated den. Sniper 071000. Der hat mich getötet. Und Pix auch. Okay, noch eine Runde. Ja, okay. Bis gleich. Tschüss. So, wir sind zurück mit noch einer Runde Hunger Games. Wir haben ja noch nicht genug gezockt. Wieder auf irgendeiner Call of Duty Map, die mal wieder keines erkennt. Und ich habe gerade den Start verkackt. Aber der hat Carrier. 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 Oh, ich habe eine Kiste. Ich habe eine Kiste. Wow, nichts drin. Cool. Zwei Schwerter. Yes, ich bin in der Falle. Willst du mich fallen? Doch, du musst mal herkommen und mich rausschlagen. Nein, du läufst in die falsche Richtung. Lauf zurück. Lauf zurück. Lauf zurück. Okay, ich bin hier hinten. Wo denn? Lauf geradeaus. Da, wo ich eben stand am Spawn. Ja, ich sehe dich. Ich sehe dich. Ich springe hier hinten am Beckenrand praktisch. Was? Siehst du mich? Ja. Du musst mich boxen. Nein, bitte nicht, Killer. Ich habe dir nichts getan. Töte Killer. Wie denn? Ja, mit Schlagen und so. Okay, jetzt hau mich hier raus. Box mich einfach mit der Hand. Aber stell dich da hin und box mich raus. Aber fall nicht runter. Oh, habe ich mich gerade erschrocken. Okay, jetzt box mich mal, box mich mal. Box mich ein paar mal mehr, damit ich hochfliege. Ja, box doch mal. Pass auf, dass keiner kommt. Da kommt einer. Ich muss ihn töten. Wieso? Box doch. Töten. Bro, das ging aber schnell. Gib mir das Schwert. Aber ich hoffe, vielleicht geht das auch mit dem Rausschlagen nur mit Knockback. Noch einer. Töten. Der gibt mir Sachen. Oh, ich habe eine Lederkappe. Yippie. Okay, Zoe, wir verteidigen jetzt. Du musst mich verteidigen. Verteidig mich. Ich schlag dir mit der Hand. Ey. Der ist auch schwer. Ich habe noch zwei Schwerte. Ja, tu mal. Tu mal ran. Ist auf den Kopf gefallen. Kann ich hier irgendwo verzaubern oder so? Jetzt bin ich hier drinnen, ne? Ey. Spring. Ja, ey. Ach so, ich springe. Ja, dann komm, ich springe doch. Ich dachte, ich glaube, das geht nur mit Knockback. Ja. Ja, Fing. Du bist ein Genie, Mann. Ich liebe dich. Haha. Okay, jetzt geht den Gea-Gionics. Gea-Gonics. Ich habe eine Dia-Achse. Das ist besser. Nein, Zoe, Hilfe. Ah. Help. Oh, 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 oh. Sachen, Sachen, Sachen. Gib mir was. Warte, ich. Hast du mal gutes Schwert? Guck mal. Hier. Ich habe ich. Okay, nee, habe ich nicht. Äh. Mach mal schnell. Hier. Oh, jetzt werde ich angerufen. Hitlers. Ich werde angerufen. Ich will nicht deinen Dreck haben. So. Oh, golden ab. Hast du auch eine bessere Axt? Hast du auch eine Waffe oder so? Nein. Bogen. Bogen, her damit. Hast du auch Pfeile? Ja. Ey, schreckst du. Wie geil das aussieht mit deinen Kopfhörern. Und der Krone. Der Krone. Ich habe nicht meine Krone. Doch, doch. Da oben ist einer. Wo? Hier. Töte ihn mit Feuer. Aua, du. Du Genie, Junge. Ja, was? Wenn du mir da richtig vor die Dinges läufst. Ich glaube, das ist die beste... Hä? Wie Typ... Hä? Sie kommt. Wer ist sie? Ja, der Typ da oben halt. Wieso nennst du sie sie? Äh, wieso nennst du ihn sie? Weiß ich doch nicht. Ja, wie... Ist der da vor allem hochgekochen? Ja, weil... Frage ich mich auch. Ah, hier kann man rein. Ah, Genie-Strahl. Hier kommt man aber trotzdem nicht hoch. Ne, irgendwie nicht. Hey, was für... Wie hat der das gemacht? Von der Cheater. Ey, gib mir mal ne Hose. Was? Ich hab keine Hose. Nicht? Äh, ne. Tatsächlich auch keine Hose. Oh. Wie ist der eine Typ da unten? Was wo unten? Hier. Oh. Talokan, den kenne ich. Mein TV Germany. Ah, ja. Voll der Chille, äh... Der Chille... Feuer, der hat ein Steinschwert. Ja! Boah! Oh! Ja, gib mir das. Du hast die Diamant-Axt. Gib mir das. Hier, Eisenhäuser. Gib mir die selben Sachen. Oh, danke schön. Boah, Alter, was... Diamantschaufel. Oh, da ist sogar ne Kiste. Aber da ist nix. So ein verkackter Camper, Alter. Jetzt müssen wir nur noch zu dem hoch. Ey, der Typ da oben. Wie ist denn der da hingekommen? Slash List. Ja, tatsächlich. Ne, da fehlt noch einer. Ich hab ihn einmal getroffen. Irgendeiner fehlt noch. Ah, Picks. Picks, Picks. Was denn? Von hier. Oh, der hat mich runtergeworfen. Okay, warte, ich... Ich weiß, wie man hochkommt. Ich weiß, wie man hochkommt. Wie denn? Ah, okay. Aber der wirft einen mal da runter. Ja, okay. Dann gehst du hoch und ich schieß auf den. Nein, ich hab keine Dinge zu mir. Ups. Keine Pfeile mehr. Ich hab noch Pfeile. Pass auf, dass du mich ja nicht runter... Oh, man. Der soll mal aufhören. Ich hab ihn getötet. Sehr gut. Und wo ist jetzt der letzte? Da ist der, da ist der. Töten. Ja, ich hab... Tu mir... Hab mir goldenen Apfel getut. Aua, 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 aua. Aua, aua. Picks, 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 Picks. Nein. Töte den. Was? Du hast ihn doch get... Du hast ihn doch viermal geschlagen. Achso, das ist der. Ja, ich hab gewonnen. Sehr gut, Sui. Hast du toll gemacht. Oh yeah. Oh yeah. Dafür müsst ihr mir einen Daumen hoch, einen Like und einen Abo geben. Wenn nicht, dann seid ihr tot. Einen Daumen hoch und einen Like. Mach beides. Yeah. Ja, ich hoffe, dass ihr diese Hunger Games-Runde mit dem schwulen Sui-Fuck. Und mit dem Wichscrafter. Lass auf jeden Fall einen Daumen hoch da oder ihr seid tot. Wichscrafter. Bitte macht das nicht populär, das Wort. Wichscra... Ja, besser als Hoden, Gurgut. Und damit würde ich sagen, verabschieden wir uns für diese Aufnahme. Und dann... Daumen nach oben da, wenn nicht, seid ihr tot. Und bis dann. Tschüss.